Das ist jetzt tatsächlich mit die schwerste Aufgabe, die ich bisher so zu bewältigen hatte. Ich kann das, was mir durchkommen geht, nicht ausdrücken. Es ist in sieben Jahren so unglaublich viel passiert und es war so unglaublich lehrreich, so unglaublich emotional, wertvoll, wie soll man das sagen? Wir nehmen so viel mit für das weitere Leben und ich bin euch unendlich dankbar dafür. Es ist einfach ein Wahnsinn gewesen, was wir hier erleben durften. Man hat mir heute Abend gesagt, wenn wir das geschafft hätten, wäre es so kitschig gewesen. Wenn wir auch noch Pokalsieger geworden wären, wäre es zu kitschig gewesen, zu sehr American-irgendwas. Jetzt bin ich froh, dass wir alle so realistisch sind. So ist besser. Sieben Jahre muss man richtig Abschied feiern, also dementsprechend habt ihr den letzten Moment erwischt, wo ich noch was sagen kann. Aber ich habe heute gemerkt, das Ganze ist echt schwer gefallen. Und ich habe heute gemerkt, heute war Abschied. Letzte Woche war nicht Abschied, da war noch eine Woche Sport, noch eine Woche Fußballtraining und das Spiel. Heute habe ich die Jungs im Arm gehabt, ein nach dem anderen. Und das war Abschied. Hart, ehrlich, richtig hart. Aber es ist nicht so wichtig, was über einen gedacht wird, wenn man kommt. Es ist extrem wichtig, was über einen gedacht wird, wenn man geht. Alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Wir sehen uns wieder. Untertitelung. BR 2018